Wenn wir in drei Jahren dieses Schiff vom Stapel lassen, wird die Welt bereits über seine große Bedeutung Bescheid wissen. Die Faszination der Menschen darüber sollte schon jetzt beginnen. Wir müssen ein Schiff bauen, bei dem die Menschen sich nur eines wünschen, nämlich mit ihm gefahren zu sein. Heute beginnen wir den Bau einer Legende. Die nächste und rein damit! Gegenhalten! Es heißt, sie ist unsinkbar, Nioh, ist dem so? Nun, kein Schiff ist wirklich unsinkbar, aber es würde einige Mühe kosten, es zu versenken. Nicht nur dieses Schiff hat ein stählernes Rückgrat. Auch ihre Erbauer haben alles. Wie sollen wir mit dem Wenigen überleben? Die Rechte der Arbeiter können nicht länger ignoriert werden! Die Legende der Titanic Und das Schicksal ihrer Erbauer Jeder kennt die Geschichte, was geschah. Aber nicht, wie alles begann. Die RMS Titanic Titanic Blood & Steel Die deutsche TV-Premiere Ab 29. Januar Ab 20.15 Uhr TNT Serie Täglich folgen Die